Hallo, ich bin Julian und wir haben ein Gerät hier, auf das ich schon einige Zeit warte, nämlich das Google Nexus 4, was wir hier haben. Was mir aufgefallen ist beim Paket, ihr seht hier, Google hat anscheinend eine eigene Google Commerce Limited in Deutschland ins Leben gerufen. In Frankenreuth, der Ort heißt Waldhaus, sehr interessant. Das Nexus 7 wurde mir noch nicht von dort, beziehungsweise von der Upstand-Adresse geschickt, aber anscheinend mit dem Nexus 4 war das so lukrativ, beziehungsweise es ist ja klar, da gehen viele Geräte weg, dass man da eben eine eigene Limited gegründet hat. Ja, die DHL-Packung sieht so aus, wurde eigentlich mit ein bis zwei Wochen versprochen, die Lieferung. Deswegen, jetzt ging es doch schneller, nämlich, ja, ich habe am Dienstag gestellt und heute ist es da, also heute am Donnerstag. Ist schon sehr ordentlich, vor allem, wie gesagt, es wurden mir ein bis zwei Wochen versprochen. Mal schauen, ob ich das hier aufkriege überhaupt. Also, hier wirklich ganz frisch haben wir hier eine Packung, viel Papier, was wir natürlich nicht brauchen, eine Rechnung, wo natürlich der Einkauf draufsteht und natürlich, tada, das Nexus 4. Das Nexus 4 wurde ja schon, ja, vor einigen Wochen vorgestellt, ist natürlich auch verfügbar gewesen, war dann sehr schnell ausverkauft, aber wir haben es jetzt da. Ja, wir schauen uns kurz die Verpackung an, ist ähnlich wie im Nexus 7, also wir haben hier schön das Grau, schön hier das Gerät eingearbeitet, das sieht man auch, ist ein wenig ein anderer, ein anderes Papier, das heißt, man fühlt hier den Unterschied zwischen dem und dem Papier. Nexus 4 steht hier, LG Logo, darf natürlich auch nicht fehlen, das Beste von Google natürlich, Chrome Logo, Google Plus Logo, Maps und so weiter, faszinierend, das 4,7 Zoll Display, HSPA Plus und so weiter. Android Beam, Cloud Synchronisierung, alles ist natürlich hier aufgelistet, nochmal hier das Nexus 4 Logo, Seriennummer und schwarz. Ja, 4,7 Zoll Display habe ich eben schon mal kurz erwähnt, wenn wir jetzt hier die Packung aufmachen, dann bekommen wir so eine kleine schwarze Verpackung. Da sind zwei kleine Kleber, die wir natürlich jetzt auch mal lösen, ja, wie gesagt, 4,7 Zoll Display, 1280 x 786 Pixel Auflösung, Gorilla Glass. Glass ist auch eine Rückseite, was das Gerät anscheinend ein wenig empfindlich macht. 109 Resigramm wiegt es, ich habe hier die 16 GB Version, ja, hier ist das gute Stück, ich zoome mal ganz kurz mit der Kamera ein wenig hier rein. Wird übrigens mit der Galaxy Camera aufgenommen, nur dass ihr ein wenig, ja, auch eine Idee der Qualität der Galaxy Camera bekommt. Ja, hier ist das Gerät, ich packe es einfach mal kurz beiseite, schauen, was noch so drin ist. Wir haben hier dann einmal ein, ja, ein Papier etwas, das können wir aufmachen und wir haben hier ziemlich viel Luft drin. Also, hier nichts weiter, was uns interessiert. Wir haben hier noch eine Kurzanleitung, die wir uns vielleicht kurz anschauen, wobei wir die ja eigentlich nicht brauchen. Machen wir aber trotzdem, denn hier sind auch noch die Garantieinweise, also wie gesagt, Sicherheit und Garantie. Dann können wir hier noch schön was reinschreiben, Quick Start Guide, beziehungsweise auf Deutsch Kurzanleitung, ja, da steht ja drin Google Android, Laden des Akkus und so weiter. Hat natürlich auch Induktion, eine Kamera, 8 Megapixel dieses Mal, 2 GB RAM, ein 2.800 mAh Akku, hier haben wir den SD-Kartenauswurf und so weiter. Der Sperrtast ist in der rechten Seite, wie bei den Samsung-Geräten, also alles, im Prinzip, wenn man hier das Galaxy Nexus gewohnt ist, alles ganz normal wie zuvor. Ja, dann haben wir hier noch einmal einen USB-Ladeadapter, schön kompakt und klein. Travel-Adapter steht sogar hier drauf, LG Electronics. Und ich schaue mal ganz kurz, wie viel, sieht man es vielleicht sogar auf dem Video, der Makromodus ist eigentlich nicht schlecht von dem Galaxy Camera. 1,2 Ampere, ja, also sollte normal euer Gerät aufladen. Hier haben wir noch ein spezielles SIM-Entfernungstool, wie beim iPhone. Speziell ist dann natürlich nicht viel, man kann auch einfach eine Büroklammer nehmen, das liefert aber LG hier freundlicherweise mit. Dann haben wir einmal ein USB-Micro-USB-Kart, wie wir es kennen. Und jetzt werden wir uns mal das Gerät an sich anschauen. Ich habe bestimmt schon viel darüber gelesen, also das heißt, für euch dürfte es vermutlich nicht viel Neues sein. Ich mache mal kurz die Folie hier weg, wenn ich es irgendwie abbekomme. Denn die ist, ja, jetzt bekomme ich sie ab. So, lege ich das mal kurz beiseite. Also die Frontseite, wir sehen hier das schöne Display, das hier eingearbeitet ist. Hier auch schön ein buttonloses Design, was mir im Galaxy Nexus schon ziemlich gut gefallen hat. Wir sehen hier dann auch mal nur noch kurz einen Größenvergleich. Also ich würde fast behaupten, dass das LG ein wenig, also nicht so hoch ist, aber dafür, ja, ganz, eine, wirklich ganz, ganz wenig breiter als das, beziehungsweise, also man erkennt kaum den Unterschied. Hat ja natürlich auch, glaube ich, fast die gleiche Displaygröße, glaube ich hier nur 0,5 Zoll weniger beim Galaxy Nexus als beim Nexus 4 auf der linken Seite. Wenn man es so von vorne betrachtet, sieht man auch kaum, also kaum eigentlich den Unterschied irgendwie. Also vorne ist schön hier oben die 1,2 Megapixel Kamera, glaube ich, an der Vorderseite, ne, 1,3 Megapixel Kamera, die hier eingearbeitet ist. Und hier unten, wie gesagt, das buttonlose Design. Ja, schauen wir uns kurz die Seite an. Im Vergleich, wir haben hier schöne Tasten in, ja, Aluminium. Hier haben wir die in Plastik gehalten. Auf der anderen Seite haben wir ebenfalls in einem Ausschalter, ebenfalls hier in einer schönen Aluminium-Optik. Hier haben wir die Pins, die wir hier nicht, beim Nexus 4 nicht brauchen, weil hier hat man direkt Induktionsladung integriert. Das zeichnet im anderen Video noch. Schauen wir uns doch kurz die Unterseite an. Hier haben wir einmal genau gleich die gleiche Anordnung, einmal einen Kopfhöreranschluss und natürlich Micro-USB zum Übertragen der Daten. Ja, Rückseite, schauen wir uns auch ganz kurz im Vergleich einfach an. Da ist vermutlich auch eine Folie drauf, die ich jetzt irgendwie entfernen werde. Ja, so, jetzt ist die weg. Ihr seht, ah, das sieht schon sehr, sehr schick aus. Die Rückseite glänzt schön. Man sieht hier auch schön meinen Scheinwerfer jetzt im glänzenden Licht. Also kann man vermutlich auch als Spiegel verwenden, wenn man will. Obwohl mir diese Rückseite eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Hier ist ziemlich flach, so iPhone 4-mäßig. Und iPhone 4s-mäßig soll auch Glas sein. Das heißt, ziemlich leicht auch Risse bilden. Unterschied ist hier, dass wir nicht die Kamera in der Mitte haben, wie mit dem Galaxy Nexus, sondern hier die seitlich. Ist die Frage, ob das praktisch ist mit Fotografieren. Ich würde behaupten, das macht absolut keinen Unterschied. Ja, wir haben hier unten noch den Lautsprecher. Dann haben wir hier mit dem Galaxy Nexus unten in der Mitte. Samsung-Logo, LG-Logo, also alles im Prinzip wie gehabt. An der Oberseite haben wir einmal noch ein Mikrofon. Und ja, den Kopfhöreranschluss, der hier oben ist dieses Mal. Hier war es hier unten, da habe ich vorher das falsch gesagt. Unten haben wir interessant Schrauben, um das Gerät zu öffnen. Das heißt, das Reparieren wird wohl ziemlich einfach sein, wenn man hier sogar von außen schon die Schrauben begutachten kann. Ja, wir schauen uns das mal kurz an, wie wir hier die SIM-Karte rausbekommen. Das interessiert mich jetzt noch. Wir packen mal kurz dieses kleine SIM-Tool aus. Nichts rausbekommen, genau. Dann können wir hier den Tray eben öffnen. Zack. Und hier dann unsere SIM-Karte eben reinpacken. Ja, ganz normal, wie beim iPhone 4 oder 4S oder jetzt auch andere Geräte, dass man eben die SIM-Karte seitlich reinschiebt. Ja, das war es erstmal von mir mit dem Google Nexus 4. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich schalte das Gerät jetzt mal an. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.